Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Worum ging es eigentlich? Drogen? Nein, Fußballtote. Fußballtote? Im Mund! Hier schlingt es nach Affe. Ich gehöre nicht zu den Typen, sagte Tarzan auch, aber er brauch wie ein. Erst war ich unpopulär, jetzt bin ich Millionär. Das ist ein Haufen Kohle. Wie viel ist das geteilt durch vier? Das sind für jeden, äh, ich, äh, 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 wo, wo ist Tresco? Ist gegangen. Ja, ja. Kreissäger, hab ich gesagt. Kreissäger? Sehe ich aus wie ein Heimwerker? Das richtige Werkzeug, die halbe Arbeit. Die Leibchen muss raus, aber schnell. Klar? Ich will nichts damit zu tun haben. Dann fehlt da noch die Tasche mit 1,7 Millionen. Schauen wir mal. Tot, 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 tot. Ui. Was ziehst du hier ab? Der will mir was wegnehmen, was mir gehört. Früher oder später, was pengen. Wie dumm bist du eigentlich? Von 1 bis 10. Ach, scheiße! 10 ist am Dünnst. Ruhe, Rainer. 10 ist am Dünnst. Dann fliesst es euch lass uns. Untertitelung des ZDF, 2020